Meint ihr, das wäre nochmal ein großer Umweg auf den Brocken zu fahren? Also für euch würde ich es wahrscheinlich tun. Die Sache ist halt die, ich habe eine Prepaid-Karte und ich habe kein Datenvolumen, wenn ich die Strecke umändern wollen würde, tun, machen. Was sind das für die Tradition? Ihr wundert euch nicht über die Qualität, das ist halt so. Wenn ich das machen würde, müsste ich halt so per Karte oder Schilder fahren. Und ich glaube der ist, ich zeig's euch mal, da hinten. Ich hoffe ihr seht's. Die einzige Herausforderung sind halt die Berge, aber die habe ich jetzt nur zum Genüge. Boah, die Sonne. Schlimm. Ich muss das, wenn man filmen will. Wartet mal, ich muss mal kurz hier an der Hose wissen. Ah, nicht besser. Ich weiß nicht. Eine Umfrage wäre jetzt sinnlos, weil ihr könnt sich nicht entscheiden, ich mach's oder ich mach's nicht. Dann weiß ich aber nicht, wie das dann passiert mit dem Brauch... ähm, mit dem Schilder Ding. Ich gucke mal im nächsten Ort, ob ich dann irgendwo WLAN oder sowas bekomme, um das dann mal zu gucken, wie viel Strecke ich mehr mache, beziehungsweise wie ich dann an der Zeit liege. Oder ich muss jetzt erstmal einen Schatten, weil ich muss schon wieder mal pinkeln. Das wird auch so ein... ey, ohne Scheiß, das ist ein Running Gag. Running Gag meiner Blase. Das wird doch leicht, einfach so, wenn ich dir eingebro. Das wird auch wenn wir jetzt carbohydrates lieben, mal auch gerade alle Liebe, Nummer alleine wäre... Nachdem. Schmerzen, das Beacle. Ichel Northe. Zerathra policies. Zuktol. Ich versuche. Weltsch.